Willkommen zur Pilot-Episode von Immobilienmanager, der Podcast, mit dem Thema Coworking. Zu Gast als Experten aus Forschung und Praxis sind Prof. Dr. Florian Hackelberg von der HAWK, Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Holzminden, und Martin Rodeck, Vorsitzender der Geschäftsführung von Edge Technologies. Coworking ist nicht Coworking. Wenn jemand nur Tische vermietet, die so eng wie möglich aneinanderstellt, um nämlich eine Art Flächenproduktivität zu erzeugen, dann haben sie aktuell sicherlich auch Corona-bedingt, vor allem Corona-bedingt, auf das absolut falsche Pferd gesetzt. Das kriegen sie nicht vermietet im Moment. Und wie sieht es ganz konkret aus für Bewerter? Wie sollten die mit solchen Flächen umgehen? Sind die zu berechnen wie normale Büroflächen oder müssen sie da anders rangehen? Ja, das ist genau das, was Herr Rodeck auch gerade gesagt hat. Offensichtlich nicht wie eine klassische Büroimmobilie. Das wäre nicht sachgerecht, sondern man sollte eher sie bewerten, als was sie auch sind, nämlich eine Betreiberimmobilie. Wenn Sie den Podcast in voller Länge hören möchten, finden Sie ihn auf unserer Homepage www.immobilienmanager.de unter IM+. Abonnenten haben freien Zugriff. Alle Informationen zum IM-Plus-Abo finden Sie auch an dieser Stelle. Vielen Dank für Sie.